hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft wo sind wir stehen ich bin auch hier bei den tor bauen und jetzt mal gucken da brauchen wir die leiter also noch bin ich im kreativ modus aber nachher ändert sich das alles so da nein das ist verkehrte so ja so ja dann schauen wir mal gleich was die beiden hier auf jeden fall schauen wir mal ne was ist das endzeit endstein segeltreppe oder poliert ihr planet das könnte ich ja so so ja auch schon mal also das wird hier dann mal ein richtiges haus wie ihr seht vielleicht mit einem stock weg oder zwei mal schauen wie sich das ergibt so mal sehen was für fenster wir hier rein machen ob wir dickere oder schmale das sehen wir ja gleich so 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 so